Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Zelda The Wind Waker. Und nach diesem unglaublichen dramatischen Moment im letzten Part, haben wir nun endlich wieder ein paar Ziele vor uns. Und zwar, wie auf der Karte hier eingezeichnet, müssen wir einmal hier hoch und da lang. Da erwarten uns nämlich zwei Tempel. Und ja, leider können wir da aber jetzt noch nicht hin. Denn die sind ganz schön gemein und lassen uns da nicht rein. Ich muss mal gerade eben meine Säge wieder rausholen. Ähm, ja, uns wird der Eingang bei beiden Tempeln leider blockiert. Ich könnte jetzt hinfahren und euch das zeigen, aber da ihr die Blockade sowieso sehen werdet am Ende, wenn ich sie löse, äh, spare ich mir das. Und ja, um da durchzukommen, brauchen wir erstmal ein paar Items wieder, die wir erstmal finden müssen. Und dazu werden wir jetzt zum ersten Mal die Mutter- und Kindinsel von innen besuchen, quasi. Wir konnten ja nieder, also wir sind ja dann niederhingeflogen, weil es noch nichts gebracht hätte, denn wir mussten leider warten. Aber jetzt ist es weit und jetzt seht ihr auch, was euch hier drinnen erwartet. In einer kleinen Zwischensequenz, mehr oder weniger. Ihr seht hier schon ein paar Feen rumflattern, also das könnte ja schon eine kleine Andeutung sein. Und was kommt da? Was kommt da? Schöne Musik kommt da. Und eine Fee. Aber keine gewöhnliche Fee, nein. Das ist die... Das ist die Fee. Das ist die Fee der Feen. The Master Fairy. Hi, hi! Oder hi, hi? Ich weiß es nicht. Äh, hi, hi. Sie hält sich also die Hand vor. Äh, Kind, kannst du den Wind kontrollieren? Ja, sonst wäre ich nicht hier. Äh, beachte dich, dass du diesen Ort hier gefunden hast. Schöne Puppe hat sie, deine Hand. Ich bin die Königin aller Fee. Unglaublich, oder? Wir haben die Königin aller Fee gefunden. Na sowas, du erschrickst ja gar nicht, Kind. Ja, aber ein bisschen gruselig sieht sie schon aus mit den Augen und so. Aber gut. Du gefällst mir. Ich werde Pfeil und Bogen neue Kräfte spendieren. Na, das ist doch mal ein Wort. Ja, diese Fee ist wirklich cool. Die spendiert uns nämlich, ohne dass wir was machen müssen, einfach mal neue Kräfte für unseren Pfeil und den Bogen. Hä, was sind das denn für Feen? Bäm! Bäm! Und Bäm! Ja, diese Fee sind eingezogen in Villa Link. Nein. Ja, wir haben Pfeil und Bogen erweitert, und zwar mit dem Eis- und Feuerbogen. Hä, was glaube ich? Ja, egal. Wir haben Feuer- und Eispfeile, so, das meinte ich. Die Eispfeile lassen selbst die lodernsten Flammen zu Eis erstarren. Die Feuerpfeile lassen selbst stattlichste Eismassive zerschmelzen. Die Feen dieser Quelle werden all deine bunten Lindern. Bediene dich ruhig ihrer Kräfte. Kind, ich muss zugeben, dass ich dich überaus süß finde, ne? Aha, aha, aha. Der kleine Link, der kleine Aufreißer. Ja, ja. Wow, die Königin aller Feen steht auf uns. Yeah. Wir sind echt cool drauf, ey. Wir sind echt ne coole Sau. Ja, ja. Wenn wir überlegen, am Anfang waren wir ein verschlafener kleiner Junge, der keinen Bock auf irgendwas hatte. Äh, ja. Ich werde mir nochmal schnell ne Fee einsammeln. Einen fangen. Wir haben ja noch ne leere Flasche übrig. Äh, ja. Genau. Wasser. Ich hatte Bock auf Wasser. Nein, Fee, ich will dich fangen. Du sollst mich nicht heilen. Egal, gut, dass hier noch mehr sind. Ah. Dieses blöde Wasser. Ich will auch nur ne Fee. Leute, ich will nur ne Fee fangen. Okay, sind hier noch drei Stück oder so da. Next try. Round three. Fight. Ey, das gibt's doch nicht. Okay, Leute. Vergessen wir die Fee. Puh. Wenn die nicht wollen. Ich kenne andere Feenorte. So. Ja, die Feen, die sind immer sehr nützlich. Es gibt noch viele andere Feen hier. Ja, die werde ich auch irgendwann mal aufsuchen. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt in einer Sidequest mache. Wahrscheinlich schon, weil es ist ja irgendwie auch Sidequest. Wir fliegen jetzt erst mal dahin. Und von dort aus geht's dann weiter zu der ersten Insel, wo wir eines dieser Items holen, die wir brauchen. Ich weiß gar nicht, welches das ist. Aber wir werden schon sehen. Lassen wir uns überraschen. Ich muss mal gerade gucken, ob der Briefkasten da irgendwie wackelt. Nein, danke. Ja, eines der weiteren Ziele ist ja, dass wir nicht nur zu diesen Tempeln gehen sollen, um das Master Schwert wieder zu seinen alten Kräften zu bringen. Nein, wir müssen auch diese Tree Force Splitter sammeln. Und ja, für jeden Splitter gibt's eine Karte. Und diese Karten müssen wir auch erst mal finden. Und ich weiß nicht, wo, aber wir müssen irgendwann wiederum eine andere Karte bekommen, die uns zeigt, wo wir die ganzen Karten für die Tree Force Splitter bekommen. Also es dreht sich alles um Karten hier. Aber momentan hat sich hier noch nichts ergeben. Deswegen müssen wir erst mal noch warten. Ich könnte jetzt auch suchen, aber das würde ein bisschen lange dauern. Auf jeden Fall ist da erst mal unser Zielort. Dieser riesige, flammende Feuerberg. Wo ist der Fisch jetzt hin? Ah, da, okay. Ich werde es nochmal schnell einzeichnen. Lassen. Ah, da war richtig, ja. So, komm her, Fisch. Dass der da überhaupt schwimmen kann in der Nähe, das muss doch heiß sein. Gekochter Fisch. Hallo, gekochter Fisch. Zeichne mir mal wieder etwas ein. Tup, tup, tup. Yo, ist es die? Ich habe gar nicht geguckt, wie das heißt. Äh. In diesem munterbodenen Riesenvulkan soll ein sagenhafter Schatz schlummern. Dumm ist nur, dass man da nicht beim Versuch, äh, dass man sich bei dem Versuch zu holen, man, den zu holen, im wahrsten Sinne des Wortes die Finger verbrennt. Und wahrscheinlich den ganzen Rest noch gleich mit. Aber eine Region im Norden und bla bla bla. Ja, 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 ich weiß schon. Für uns ist das natürlich kein Problem. Wir haben ja jetzt Eispfeile. Ja, Leute, damit können wir nämlich, unglaublich aber wahr, diesen riesigen, lodernden Vulkan seine Kraft nehmen. Seine feurige Kraft. Und da reicht schon ein Eispfeil, so mächtig sind wir. Und leider ist es aber nur für 5 Minuten, wenn ich mich nicht irre, ja. Und die sollten wir jetzt schnell nutzen, um zum Gipfel zu kommen. Denn da müssen wir rein. Aber das dürfte eigentlich kein Problem sein. Äh, aber ich sag lieber nichts, sonst lande ich mal wieder am Ende im Wasser. Nachdem ich mal wieder tausende Male gefehlt habe. Und diesmal werde ich nicht ankündigen, dass ich es so locker schaffe. So. Ich nehme jetzt hier hoch, einmal fast um die Insel rumgelaufen. Aber muss ja auch mal sein, dann sieht man wenigstens was von der Welt. So, äh, ja. Rechts oder links? Rechts oder links? Rechts oder links? Enemy Moon? Was bist du? Okay. Hoffen wir mal, das Schicksal ist auf unserer Seite. Ah, es sieht gut aus, muss ich sagen. Ah, Hilfe. Verschwinde. Verschwinde. So. Da wollte uns doch glatt ein Dingsbums da angreifen. Yeah. Wir sind auf dem richtigen Weg. Oh nein, wir werden wieder bombardiert. Oh nein, ich hasse Bomben. Wo kommt das denn jetzt schon wieder her? Egal, es trifft uns nicht. Ich weiß gar nicht, ob ihr das merkt. Ah, da ist so ein Schiff, das schießt auf uns. Schweinerei. Mein Controller hat auf jeden Fall ordentlich vibriert. Und wir sind gleich oben. Yeah. Wir sind hochgegangen, um wieder runterzufallen. In den tiefsten Tiefen des Vulkans. Ich sage irgendwie, dauernd tiefste Tiefen. Und höchste Höhen. Stirb. Ja, wir kommen in der Lavawelt. Back. Oh, wir haben immer nur noch drei Minuten. Ich dachte, jetzt ist die Zeit stehen geblieben. Aber nein. Gut zu wissen. Ja. Angesichts der Zeit kann man schon erkennen, dass es hier nicht allzu schwer sein würde. Ja, was ist es eigentlich? Es ist ja kein Dungeon, aber... Stirb. Jetzt mache ich mal einen coolen Trick, der mir gesagt wurde. Bam. Und du stirbst auch noch. Ja, und das war es auch schon. Wir mussten nur diese komischen... Keine Ahnung, was das war. Wir wollen mal da mit Zangen vorne besiegen. Und dann haben wir auch schon unseren ersten Schatz, den wir brauchen, bekommen. Unglaublich. Das ging schnell. Tada. Die Kraftarmbänder. Yeah. Boah. Und die Fledermäuse haben sich in der kurzen Zeit vermehrt. Und jetzt zeigen wir mal, wie stark wir geworden sind mit diesen Kraftarmbändern. Uuuh. Friss das! Unglaublich. Dieser kleine Ding kann jetzt... mindestens 10.000 Tonnen auf einmal heben. Ach, mit euch kümmere ich. Gebe ich mich doch nicht ab. So, fliegt mal schön da unten rum und verbrennt irgendwann. Demgleich geht der Vulkan wieder an. Ja, damit wäre das Erste schon erledigt. Ähm, ja. Ja, ja, ja. Wo geht's denn wieder zu meinem Schiff? Wo ist mein rotes Schiff? Wo ist der König von Hyrule? Ey. Äh. Mann, immer werde ich belästigt von irgendwelchen Gegnern. Äh. Ach, der Abstieg war so schön einfach. Ja, gut. Wir haben ein Item bekommen. Äh. Jetzt frage ich mich. Äh. Wo ist das andere? Ich weiß es nicht. Also, es kann nur eines von diesen noch nicht besuchten Orten sein. Aber ich weiß gerade überhaupt nicht, welcher. War es da? War es da? Ich weiß es nicht. Ich gucke mal auf die, wie viel Zeit wir noch haben. Ah, noch so viel. Naja, ich fahre einfach mal auf gut Glück los und dann werden wir sehen. Wenn nicht, dann habe ich den Rest des Parts jetzt verschwendet. Aber auch gut. Okay, wo soll ich hinsteuern? Ich weiß nicht aus dem Kopf, ähm, ob das hier ist. Nein, das. Unsere, unser, unser Haus ist da, glaube ich. Wir haben ja eine Villa bekommen. Äh. Wo kann das denn sein? Hier sind Riffe. Da sind... Ja, 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 fahre ich einfach mal dahin. Ich weiß nicht, was da ist, ob es da ist. Aber wir probieren es einfach mal. Ein bisschen Spaß muss sein. Und so reiten wir auf dem König von Hyrule durch die Luft zu dieser Insel, deren Namen. Die Insel ohne Namen. Ich werde es machen. Für mich. Tada! Ich kann ja manchmal noch schnell zeigen. Ich weiß gar nicht, ob der das hier sagt oder... Äh, diese Sternbilder nämlich sind echt. Also diese echten nachempfunden. Aber das sagt er mir jetzt nicht. So, da muss ich zu diesem Depri-Typ gehen. Der erzählt mir das dann. Äh, wir müssen da lang. Um an den Ort zu gelangen, den ich für... ...möglich empfinde. Aber wir haben ja leider gar keine Zeit mehr. Tut mir leid. Nein, tut's mir nicht. Das finde ich nämlich gut. Dann kann ich jetzt nämlich den Part beenden und mal kurz abchecken im Internet, wo diese Insel ist. Damit ich nicht so ewig suchen muss. Ich fahr trotzdem einfach mal da lang. Vielleicht hab ich ja recht gehabt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt... Ja, was heißt es denn? Link. Und die Suche nach den Triforce-Splittern. So. Alles klar, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part.